Super. Ja, dann würde ich sagen, herzlichen Dank, lieber Peter. Würde ich ganz gerne nachher in die andere Diskussion, in den offenen Teil, hineinbringen. Würde mich freuen, wenn wir nachher noch beim Social Part uns das ein bisschen gönnen können, dass wir dann mit Drinks ein bisschen über diese Sachen quatschen. Jetzt hätten wir nämlich die Lightning Talks noch auf dem Programm. Also nochmal einen Abschlussapplaus für den lieben Peter. Und jetzt werden wir hier vielleicht kurz umbauen und uns dieses Flipchart, vielleicht mit meiner wahnsinnigen Kraft rolle ich dieses Flipchart hier nach vorne. Und zwar...